Hallo liebe Leute, grüßt zum Luki Wintertipp des Tages. Hier mein Frühstücksbrot, 3 Scheiben Bio Brot mit einem kleinen Stückchen geschnitten, mit Käse und Gemüse belegt. Dauert so 15 Minuten die Zubereitung, kann man aber schon abends fertig machen und dann bis morgens in den Kühlschrank stellen, wenn man morgens keine Zeit dafür hat. Das ist mein Brot da mit Gemüse. So lecker. Moment, ich tue mal weit. Erzähl das mal. Hallo liebe Leute, seit zehn Jahren, seit ich meine Freundin hatte, jetzt sind wir nur noch zwei Jahre befreundet, habe ich früher immer nur Brot mit Käse oder irgendwas vergessen oder Wurst da und seitdem esse ich da Gemüse auf dem Brot und sonst habe ich das auf dem Brötchen drauf geschnitten und gegessen. Aber jetzt habe ich hier mein Bierbrot, schneide ich in kleine Stücke und belege das da mit allem Gemüse, was es gibt. Außer Salat habe ich jetzt nicht, das fällt alle runter und so. Aber man kann auch mit Salat machen. Sollte man eigentlich auch machen, weil die weniger Folsäure und so, aber habe ich noch nicht. Und das sieht zu wenig aus und sieht so lecker aus. Sieht aus, wenn man in den Restaurant geht, wie kein Schnippchen, Häppchen vorher und so. Sau lecker. Und sieht aus nach zwei Minuten Arbeit, aber das sind 15-20 Minuten Arbeit. Schnippeln und belegen, ne? Und das Gemüse habe ich hier. Hier sind Gurke, Möhre, Kohlrabi, Zwiebel. Hier habe ich da Gieschen. Da hinten habe ich noch eine Schale mit Tomaten. Und das habe ich da alles drauf. Ihr könnt auch noch mehr drauf machen. Ist noch besser. Aber und? Manche stehen mit 150 und manche mit 100 oder 120. Und wenn ihr 120 werden wollt, dann, äh, esst Gemüse. Und andere kaufen Salat, ähm, für zwei Euro, was er kostet oder so. Äh, ich weiß nicht, was er kostet da bei Aldo Lidl. Und ist Mittags Salat. Und dann hat man hier den Salat schon, äh, auf dem Brot da. Und die Vitamine. Und in jedem Obst sind irgendwie tausend Sachen drin. Und, und, äh, fünf oder zehn sind nur erforscht. Also, das meiste ist gar nicht erforscht. Und dann heißt es dann in tausend Jahren, dass ihr zu essen müssen, dann wärst du ein Millionen geboren. Und als Tipp geben da. Und, ähm, das habe ich gestern Abend fertig gemacht, weil ich, äh, gleich weg musste, ähm, zum Arbeiten. Ähm, und, weil ich morgens immer so schlecht aus dem Bett komme, heute ist ein bisschen früher, deswegen kann ich das Video machen, habe ich das abends fertig gemacht, ja. Ähm, und, das sieht so lecker aus und schmeckt so gut da. Und dann esse ich meistens noch einen, äh, halben Pulling. Und dann bin ich erstmal gesättig da. Und, äh, und dann zur Arbeit nämlich nämlich ein Brötchen oder so. Hier habe ich hier, hier habe ich hier meinen Thunfisch. Und das geht auch schnell und, äh, okay. Wollte ich nur zeigen, kleiner Tipp. Und wenn ich das schon immer genommen hätte, dann brauchte ich keine Blutdruck-Tabletten. So wie meine, äh, Freundin, Ex-Freundin. Die braucht keinen, die hat einen super Blutdruck. Und der Tramp ist ja auch schon 72 und der hat einen super Blutdruck. Und wenn ich schon immer so vergessen hätte, dann brauchte ich ja keine Blutdruck-Tabletten mehr. Hätte die Krankenkasse mir ja mal vorher sagen sollen da. Okay, ich zeig das nochmal. Das sind, das sieht nicht, hier, da habe ich drei Scheiben Brot. Äh, vier passen da nicht drauf, aber das reicht auch, drei Scheiben. Und dann könnt ihr mal nachlesen. Okay, Ciao, Kau. Und, ähm, damit kann man Milliarden, äh, Millionen sparen, wenn ihr da ein bisschen Gemüse drauf macht. Und, äh, auf dem Teller und an den Kühlschrank, das hält sich auch ziemlich lange, das Gemüse. Und, ähm, dann braucht man erst Tabletten mit 110 und nicht schon mit 40 da Blutdruck-Tabletten und solche Sachen da. Okay, Ciao, Kau, bitte abonnieren.